Hallo liebe Leute, grüßt zum Witz von Ludger. Heute der Sommer-Hitze-Witz. Moment, super weit. Hallo liebe Leute, grüßt zum Witz von Ludger. Heute der Sommer-Hitze-Witz. Und zwar ist er von Hagen-Kreuz, und grüßt zum Witz von Ludger aus Brüsseln und den Timo Kuhl, den Urlauber. Und er hat einen Witz über E-Mail-Istel, könnt ihr auch, und dann könnt ihr noch zweifach noch grüßen. Und der Sommer-Hitze-Witz geht so, also wenn das morgen auch so heiß ist, dann gehe ich zur Polizei. Was willst du denn da? Dann lasse ich mich geschatten. Also, wenn das morgen auch so heiß ist, dann gehe ich zur Polizei. Was willst du denn da? Dann lasse ich mich beschatten. Und Erklärung, wenn es heiß ist, dann geht man gerne in den Schatten, dann lässt man sich beschatten. Und die Polizei beschatten ist, wenn die einen beobachten, was man so macht. Okay, Zollkauer, bitte abonnieren.